Guten Morgen Widerland, ich bin schon hier als allererstes ein wunderbarer Monatsstart. Wir haben wieder ein paar Neuigkeiten. Wir melden uns heute live unserem Institut für Schneeflocken-Inventar. Wie ihr hinter mir seht, es ist ziemlich nebelig und teuer hier. Jetzt, so meine Innovation fertig ist ein Monat, ist hier, ihr seht, der Wireless Duschkopf. Da hat es, wie ihr seht, kein Kabel dran. Das ist die Innovation. In früher hätte ja niemand gedacht, dass ein Telefon ohne Kabel funktioniert. Heute hat das jeder. Das ist natürlich die Lesung für mein finanzielles Problem, das gerade die Hotelindustrie hat. Der Hotelie selber kann jetzt die Ersetzung der Duschkopf einsparen, weil der Gast nimmt natürlich selber den Duschkopf mit. Das ist ja logisch. Sie haben jetzt in jedem Hotel ein Telefon gehabt. Heute ist das auch nicht mehr der Fall. Jetzt bringt der Gast selber den Duschkopf mit. Und ihr könnt via App dann natürlich eure verschiedene Gadgets für den Duschkopf bestellen. An der App könnt ihr beim Handy verschiedene Wasserqualitäten bestellen. Da kann zum Beispiel ein Basler via App Saser Gletscherwasser bestellen. Oder eine Sase, vielleicht einmal Wasser vom Totomir. Jetzt so die Einsparnisse für den Hotelier, vor allem hier im Saastal. Er kann das Geld nachher sofort der Bergpanne geben. Und die könnt ihr zum Beispiel die Hanigbarn bieten. Ja, hier, wieso ich so viele gute Ideen habe, müsst ihr ab und zu ein Glas Fanbag reichen. Jawohl. Heute, vor allem am Ostersonntag, jedes Glas Wein gibt starkes Blut. Ist ja klar. Wir sind mit Gave Fanbag wieder viel unterwegs. An der Cochina Tavala. In Winterthur. Nachher an der Offa in Saat Gallen. Und natürlich ist euch jetzt Gave Fanbag Taxi. Jederzeit mit Wein unterwegs. Falls ihr mal ein Fläschchen bräuchten. Einfach melden. Ich wünsche euch noch schöne Ostern und alles Güte. Ade miteinander.